Hallo miteinander, mein Name ist Dani, ich bin Mitgründer von Yoga in School und ihr alle kennt wahrscheinlich oder viele von euch kennen den Hund aus dem Yoga. Wir machen den heute etwas dynamischer und bringen etwas Bewegung hinein. Bei dieser Übung stärken ihr einerseits eure Brustmuskulatur, eure Trizeps und wir mobilisieren eure Wirbelsäule und strecken den hinteren Oberschenkel. Ihr arbeitet also auch an eurer Beweglichkeit. Ihr kommt zum allerersten Mal in einen herabschauenden Hund. Und von hier kommt ihr in einen Plank. Jetzt dürft ihr eure Knie absetzen oder könnt ihr gleich so mit einem Liegestütz runterkommen. Dann kommt ihr vorne hoch in einen herabschauenden Hund oder den Seehund. Und von hier wieder zurück in den herabschauenden Hund. Wichtig ist, denkt daran, die Schultern immer möglichst weg von den Ohren. Dass die Schultern schön breit sind. Ihr dürft das natürlich so lange wiederholen, bis ihr nicht mehr mögt. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Dog Plank. Loop it! Dann! 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 несеры� também!